Jo, guten Abend zusammen, äh, ja, wollte mal wieder eine neue Aufnahme machen, hab ich mir mal ja gedacht, ne, bisschen Langeweile, dich nass, ne, ha, 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 ja, klar, jo, machen wir erstmal zum Einsteig hier, äh, zum Einstieg hier, ja, Deutsch muss man auch können, ist ja klar, ha, ha, ja, natürlich, ja, klar, blasen die gut, ficken die gut, vom Allerfeindsten, ha, 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 jo, Jo, früher hast denn mit Zitrone, heute ist es Purnica, diese zwei Brüder hier liefern euch die Mostrada, ja, 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 ich mache hier keine Werbung für irgendwelche YouTube Channels, die stars zu weist und so, ne, jo, wo ist das Gold? Jo, ne, ist ja klar, ne, ja, da muss man selber lachen, das ist ja klar, das ist ja normal, ja, hör mal, weißt du, was ich sage, waschen, bügeln, falten, dann fliege ich schon auf meinen Koffer packen können.